Kannst du auch mit einem No-Skins spielen? Schämst du dich mit einem No-Skins zu spielen? Hey, hey! Oh mein Gott! Ey, nein, er hackt! Oh mein Gott! Wenn du No-Skins, ich mochte, mochte, wisse Hände, aber schon was dann! Lass ihn in Ruhe! Einfach mobben! Kick No-Skins, kick No-Skins, kick No-Skins, alter! Lass jetzt ein Like da, wenn du No-Skins süß findest und danach bekommst du diese drei seltenen OG-Skins in deinen Spinn. Solltest du jetzt kein Like dalassen, dann wirst du für immer in Fortnite Pech haben. Und wenn du immer noch nicht abonniert hast, dann wirst du niemals OG-Skins haben. Falls du ein No-Skin bist oder keine seltenen Skins hast, dann ist heute dein Glückssack. Denn du kannst auf meinem OG-Account spielen, wo wirklich jeder OG-Skin ist, unter anderem Renegade Raider, Ghoul Trooper, Aerial Assault Trooper, Skull Trooper, die seltenste Spitzagame spielen. Falls ihr euch denkt, das sind die einzigen vier OG-Skins. Es sind auch viel mehr OG-Skins auf dem Account, vielleicht ist sogar ein Recon-Expert drauf. Schaut einfach immer die Videos an und dann werdet ihr erfahren, welche weiteren OG-Skins auf dem Account sind. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie könnt ihr auf diesem Account spielen? Ihr müsst erstens nur Abonnent sein. Sehr wichtig, dieses Video liken, denn Support ist kein Mord. Und im Video werde ich euch drei Buchstaben einblenden. Diese drei Buchstaben sind klar und deutlich sichtbar. Und diese drei Buchstaben schreibt ihr mir auf Instagram. Und für eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit, kommentiert euren Lieblings-OG-Skin und euren Instagram-Namen. Desto öfter ihr kommentiert, desto höher ist eure Gewinnwahrscheinlichkeit. Falls ihr euch jetzt denkt, der will nur Abos und Likes machen und lässt gar keinen draufzocken, ich werde immer zweimal im Monat in meiner Instagram-Story den Gewinner posten. Ihr dürft dann entscheiden, ob ihr mit euren Freunden zocken wollt oder ob ihr live im Stream von mir mit mir Duo zocken wollt auf diesem kranken OG-Account. Ich will euch damit einfach nur etwas zurückgeben und mich bedanken für den kranken Support. Danke an jeden Einzelnen, der einfach meine Videos schaut, sie mit seinen Freunden teilt, immer einen Kommentar und Like da lässt. Es pusht wirklich sehr den Kanal. Und wie ihr merkt, ich lade zurzeit jeden Tag ein Video hoch und zurzeit machen wir YouTube mehr Spaß denn je. Und das habe ich einfach nur euch zu verdanken. Kuss geht raus. Beste Kommi. Hallo? Hallo, Paseiran, was geht? Nichts bei dir. Bisschen Fortnite, wie ist das? Wie läuft es so bei dir, alles gut? Meine Freunde, die morden mich jetzt wieder. Hä, wieso, was machen die? Die sagen immer, ich bin No-Skin, beleidigen mich, morden mich, nur weil ich ein scheiß No-Skin bin. Sind das die OG-Kollegen, von denen du letztes Mal erzählt hast? Genau. Gerade online, sollen wir denen eine Ansage machen? Ja, ich lade ihn mal ein. Ja. Digga, er hat gesagt, ihr mobbt ihn, wieso? Was soll der Scheiß? Guck mal seinen Skin an. Hä, fühlt ihr... Dann kostet ihr einfach keine Skins. Warte, hört zu, fühlt ihr euch jetzt krass wegen Recon Expert und Elfen Skin? Warte, der ist sogar wertvoller. Bäh. Scheiße, du bist lost. Weißt du, was noch wertvoller ist? Zeig dir, was noch wertvoller ist als Recon Expert. Ich schenk auch. Schau hier. Ja, ne. Hier, schau. Cool, aber trotzdem, guck mal seinen Skin an. Dann schämst du dich nicht. Was, wieso soll ich mich schämen, hä? Seid ihr dumm? Ich schäme dich nicht. Bro, der Skin hat nichts zu bedeuten. Doch. Nein, Digga, ich wette sogar, ich wette sogar, der No-Skin ist krasser als ihr. Bei Gott. Ja. Hä, aber sag mal, sag mal bitte kurz. Sag mal bitte kurz, wieso mobbt die ihn? Was soll der Scheiß? Guck mal seinen Skin an und er hat mich verdient. Er hat sich anders verdient. Wer spielt der Fortnite? Guck mal seinen Skin. Hä, das macht gar keinen Sinn. In welcher an den Schmieden ausgeht. Hä, ich kenne Poseidern, er ist übel gut. Ja, komm, ey. Hol dir doch wenigstens Battle Pass, Alter. Digga, jetzt chill doch mal. Seid mal nicht so zu ihm. Ich hab ihn letzt... Hallo, hört mal zu. Ich hab ihn letztes Mal, Digga. Ne, wir machen jetzt Kill-Duell. Sollten wir das Kill-Duell gewinnen, dann bekommt er einen OG-Account. Einer von euch beiden gibt ihm dann seinen Account und der andere Account gehört dann mir. Okay? Poseidern darfst ihr dann einen von den beiden Accounts aussuchen. Und wenn ihr gewinnen solltet, dann bekommt ihr meinen OG-Renegade-Account. Den D-Frag-Spaner-Account. Er hat eh keinen Ex-Bert. Ich wette, der No-Skin macht mehr Kills als ihr. Das Ding ist, wir müssen halt mehr Kills machen als die beiden. Poseidern, ich weiß nicht, ob wir zuerst auf defensiv gehen sollen und dann später im Late-Game die Kills machen sollen. Oder wir gehen halt komplett direkt Polarpi. Was sagst du, Poseidern? Ja, komm, lass Polarpi riskieren. Polarpi. Und wir gehen oder dein Name? Lass uns. Ja, das ist auch super. Digga, wenn ihr jetzt einfach gegen einen No-Skin-Kill-Duell verliert, dann seid ihr so schlecht. Wahrscheinlich. Ich hab einen Ruh. Seid bei den Loops. Mein Gott. Kannst du auch mit einem No-Skin spielen? Schämst du dich, mit einem No-Skin zu spielen? Oh Gott. Wieso sollte ich mich schämen, Digga? Er ist immer noch ein Mensch. Schimm mal. Du tust du, als ob er kein Mensch wäre, nur weil er keinen Skin hat. Hä? Ja, trotzdem. Da will ich Skins kaufen. Nee, Digga, chill einfach. Kommt doch du dir Skins. Du hast auch nur dein Elf. Ich habe auch andere Skins. Und du hast keine Skins. Ja, Digga, wenn ich will, lass ich ihn auf meinem Renegade-Radar-Cone spielen. Was dann? Ja, er wird bestimmt scammen. Ah, du wirst nicht mehr, wie du was willst. Wahrscheinlich wird er mich scammen, oder? Ich glaube, er wollte einen Bruder-Cone-Skamm und dann wurde er selber gesrammt. Schäfe ich nicht. Kannst du überhaupt noch in den Spiegel gucken, Alter? Wen meinst du? Den No-Skin. Hä, wieso sollte er sich schämen? Nur weil er keinen Skin hat? Ja. Dann könnte ich mal in den Spiegel gucken, Alter. Ich wäre noch am Schlafen. Oh mein Gott, Alter. Bruder, bei dir ist bei Erziehung was ganz falsch gelaufen. Ja. Ich weiß auch, wie du ausschstest. Du sitzt einfach nur, hältst dich aus und kippst mir deinen Scheiß. Ja, komm, Alter. Los, geh nicht. Look, ey. Los, geh nicht. Los, geh nicht. Ey, chill, ein paar Seiner, ein paar Seiner. Du darfst nach der Runde auf meiner Cone spielen, okay? Ja. Dann tanz ich. Hast du den Ding da, den der L in seinen Kopf macht? Tanz? Bruder, ich hab jeden Tanz. Ein Noob. Der kennt sich von dem Namen, Alter. Er ist ein Noob. Junge, ihr macht mich anders aggressiv. Wie sehr lang passiert. Dann machen sich halt aggressiv. Ihr seid beiden Noobs. Hä, wie viel Kills habt ihr schon? Drei Noobs. Ihr? Ah, der geht nicht. Ich hab vielleicht null Kills. Hast du null Kills? Und ihr? Bruder, dann nein. Bruder, sag mal, sag mal bitte kurz, wie soll man Kills machen, wenn man keine Gegner sieht? Ja, wie sollen wir Kills machen, wenn wir keine Gegner sind? Hä, ich dachte, ihr seid OG-Skins und seid richtig krass. Sind wir auch, Junge, du hast einen kleinen unbehaarten Jarak, du kleiner Jaruk. Junge, ich hab so viel Behaarung, Digga. Ich hör mal. Bruder, hör mal auf, überschwänzeln zu reden, oder bist du schwul? Vorhaut genommen. Ihr seid schwänzeln. Du hast angefangen. Ich hab nicht angefangen, Digga. Doch. Nein. Nein, Lügen darf man nicht sagen. Doch, darf man. Nee. Oh, er hat dir die gegeben. Digga, der Nosekin hat die einfach gegeben. Wie fühlt es sich an, wenn man von Nosekin? Digga, du bist, du bist, du bist größter Jaru der Welt. Oh mein Gott, ich kann mal einen Nosekin. Oh, der Schlimme ist, du bist auch Pawea, du redest über Schwänze, weil du kannst haken. Ja, komm mal her. Ja, komm. Der Nosekin. Seil dich, Passaira, die haben beide eine Mumu. Passaira, ich brauch deine Hilfe. Nosekin, heutzutage. Ah, er braucht deine Hilfe. Er kann dir aber nicht, weil er ein Mumu ist. Digga, chill mal ein bisschen. Ja, chill nicht. Ey, das Einzige, was er kann, ist, ähm, hier keine Skins kaufen. Ja, ich hab einen. Hast du den Skins schon einmal gekochen? Guck, die Sterne, der hätte keine Waffe, also der hätte bestimmt keine Waffe geben. Nice, Bro! Oh, er steht, er steht einfach zweidulie, glebs. Ja, ja, die hat bestimmt kein 30, Digga, einfach 30. Wir haben die so hochgenommen. Wir haben die so hochgenommen. Junge, der Nosekin hat sogar schon einen Kill und ihr nicht. Ihr seid so scheiße, Digga, wie kann man so scheiße sein? Ihr seid scheiße, ihr seid scheiße. Zählt nicht. Du zählt nicht. Zählt nicht. Zählt nicht. Zählt nicht. Zählt nicht. Weil die keine Waffen hatten, wahrscheinlich hatten die keine waffen da steht 30 30 bis 13 10 mal bis drei bitte kurz bei deinem ich weiß nicht zehn mal bis drei der scheuer kann ich bis 20 zählen wenn die runde zu ende sein bei deinem digger würde ich mir auch gedanken soll mir kurz kommen und kurz kerryn kompass er ist am fall schaden gestorben ja doch du bist einfach ein klepp du stirbst am fall schaden brauchst du medkit komm ich bring dir medkit auf korrekt kommt er ist auch ein mutter und schon was für die gar sagt noch einmal was ging aber du kommst das medkit nur sagt macht ihm macht ihm aus dem kompliment sagt er ist ein guter spieler los da bekommst du ein scheiß fetter spieler mussten die wir das medkit alter der sagt was netzes zum ausgehen sonst bekommst du es nein ja okay ich sag was letztes war sei ran schütte ins kind sieht sehr schön aus scheiße 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 schämst du dich nicht aber erwarte warte ein paar seien dann vor seiner lasst die reden digga lasst die reden wir gehen jetzt gegner pushen und lassen taten sprechen reden auch die machen ja hörst du hörst du dich bist du hör doch mal zu hör doch mal zu er steht 3 zu 0 er steht 3 zu 0 weißt du weißt du was es bedeutet ja aber weißt du was es bedeutet bisher das war sein dass das kann sein dann einfach den account bekommt haben sie das schon vergessen das war das spiel spielen alter was wer darf das nicht spielen nicht spielen oder facebook er hat an die zwei er kommt zu mir kommt zu mir diesen gegner weil das nie oder die werden die werden wieder als erstes sterben kann ich dir jetzt schon so der üblichen leben also was er geht seit vier ja 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 ich will gar nicht mit dir geht weiter aber ich kriege ich über irgendeine kranker ja weil du hast du denkst am ende kriegst du krankerl aber du kriegst Ebola ja ach ne ich krieg' noch eine Ebola wir müssen in die Kirche kommen ja komm alter los die bekommen den keinen rein 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 hast du ihn? nein digga Krebs hat abgestaubt nein digga Krebs hat abgestaubt hab ihn ja alle stark ich hab ihn gut nice Junge was wollt ihr machen? wow 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 ups ich hab sowas noch nie gesehen ey Junge lass doch meine Sniper weg heul doch heul alter digga okay jetzt reichts digga ich schreie jetzt reichts ich schreie jetzt reichts ich schreie jetzt reichts ich schreie jetzt reichts digga du hast hast du Facebook gib Sniper Muni Bruder schnell bevor die kommt ey passai dann scheiß mal auf Facebook digga ey komm passai dann oh Leute eure zwei Paar wieder oh die schnauze Junge und spiel guck mal guck mal guck mal wie schön die aussieht oh das hat aber auch mal ah Bruder schmeckt Double Headshot wir vieren wir vieren wir vieren wir vieren komm mit mir komm mit mir nein egal der loot gehört mir der loot gehört mir die schnauze der loot gehört mir die schnauze ja ja wenn wir die schnauze jetzt haben die noobs aber angst ja wow 55 glück ist einfach nur glück rüfte doch junge nicht durch mach doch junge ich hab dir auch mit gegeben die kleine 31er ja okay dann sagt erst mal das scheiße sind ihr seid scheiße ihr seid ihr seid scheiße stimmt wir führen immer noch einfach genauso viel zusammen wir müssen ja weil die runden dass die hat einfach drei kills von uns geklaut die schweine Komm, komm. Nein, die Loops. Nein, ein Loops wird zu kommen. Scheiße, ich loopen. Junge. Ey, sucht euch mein eigenes Schrift. Ich suche meine eigene Schrift. Bruder, deine Engen, Bruder, deine Engen, komm. Wir müssen abstopp, abstopp, abstopp. Ich komm, ich komm. Wo seid ihr? Wo bist du? Ich komm. Ich komm, Bruder. Halte durch. Nicht, dass die Loops jetzt kommen. Ab ein. Ab ihn. Stuck. Ab zwei. Nice. Boah, jetzt nimm's, aber guck mich einfach. Ey, er will Kills abstauben. Er ist White, er ist White Poseidon. Wichtig. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Er ist Down. Er ist Down. Oh mein Gott, du bist so bad. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir, Quips. Ja, schau, Karma, weil du so eine große Fresse hattest. Ich hab ein Jump-Hit, ich hab ein Jump-Hit, komm zu mir. Ey, bei uns ist noch einer, Poseidon. Komm zu mir, Quips. Doch, Quips. Du schaffst das, komm. Ich hab ein Jump-Hit, bitte. Komm, Quips. Bei mir ist ein Gegner nur. Ah, schau, Digga. Ihr habt nur eine große Fresse, aber seid schlecht. Nubis, 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 Nubis. Was für Nubis, Digga? Geh Karl schon down. Hol meine Karte, Quips. Hol meine Karte. Hol meine Karte. Wow, er kann nur abstauben, Digga. Oh, wie viele Kills hab... Oh, wir haben... Oh, wir haben schon neun Kills. Und hier? Oh, wir haben... Er hat mich gelasert! Wurde von dem fucking Yeti gelasert. Ey, hol meine Karte, Poseidon. Pass auf, er darf den Kill... Nein, Digga. Oh mein Gott, Ups. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Poseidon, hol mich hoch. Hol mich hoch, Poseidon, hol mich hoch. Ja, hol mich hoch. Hol meine Karte, Bro. Hol meine Karte. Ich will deine Karte holen. Ja. Die führen mit vier Kills. Es gibt keine Karte. Egal, wie führen. Wie führen, wie führen. Doch, in solche kannst du mich hochholen. Da ist aber ein Gegner. Ich weiß nicht, ob du sie sehen holst. Du musst vier Kills machen. Hol am besten meine Karte, aber da ist ein Gegner, den musst du holen. Oh mein Gott, Bro. Und dann gewonnen. Nein, habt ihr nicht? Jetzt sei mal kurz leise, bitte. Sei mal kurz leise, bitte. Sei mal kurz leise, bitte. Ganz kurz nur. Ah, ganz kurz, auf irgendeiner Basis. Komm, Bro. Oh mein Gott, ja. Was muss ich nicht kennen, warum... Oh mein Gott, ja. Aha. Ja. Oh mein Gott. Schön. Nein, der No-Skin darfst du nicht schaffen. Bro, der No-Skin ist ne Maschine. Hol meine Karte, hol meine Karte. Ah, jetzt ist es schon zu spät, scheiß drauf. Hol die Leben, hol die Leben. Ich hab zu loofen, ich hab zu loofen. Hint ein! Oh mein Gott! Ey, nein, er hackt! Oh mein Gott! Egal, ihr seid trotzdem schicken. Hahahaha, ein Small! Schlecht! Boah! Ich brauch noch zwei Kills, ich brauch noch zwei Kills. Boah, ey, Bro, willst du nicht die lilanne Pump? Ja, allein schon wegen dem Kill, er hat gewonnen. Ey, er hat gewonnen, er ist einfach besser als hier. Nein, nein, wir haben sein Kill-Duell. Wir haben sein Kill-Duell. Er hat seine Ede genommen. Du hast Lager vor einem Aventar, du loofen. Du loofen, Alter. Weißt du schnell, wie mir das passiert? Ey, Bro, du musst noch zwei Kills machen, glaub ich. Ich glaub, er muss die Mitte gucken, um das zu wissen. Nein, du musst noch drei machen, du musst noch drei. Echt? Wie viele haben wir? Misch dich da ein, ja, ja, misch dich da ein. Ah, wir haben zehn Kill-Duells. Zehn Kill-Duells. Wo sind die? Da, über dir. Über dir, hinter dir. Hinter dir, du. Oh mein Gott, was ist ein Move. Schade, Bro. Egal, war trotzdem krass gespielt. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Er hat gewonnen, oder? Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er hat gewonnen, oder? Okay, ey, ihr habt zwar Kill-Duell gewonnen, weil der Recon Expert sieben Kills oder so hatte. Das war schon gute Leistung, aber davon hast du halt drei einfach abgestaubt. Die unten in das, die waren halt entscheidend, die drei Kills. Ah, Bruder, willst du mit mir spielen, Co-Habs? Geh mal rüber jetzt. Ich bin mit dem Low Skin. Bis drei, gell? Best of free. Ah, Bruder, editier. Ja, ja. Editier, Bruder. Völlig lost, Alter. Was da lustiger. Bruder, wie lange willst du warten? Auf was hast du gewartet? Auf bessere Zeiten? Ja. Hab schon gemerkt. Kleinen Noobs. Was für kleine Noobs, Alter. Oh mein Gott, du musst so scheiße gehen. Ich hab mich verbaut und ich bin trotzdem... Oh mein Gott, ich bin high ground. Ich bin halt nicht so ein Creative Warrior wie du. Ich hab in meinem Leben noch was anderes zu tun. Er hat dich? Egal, ey, da muss ich die beide alleine klettern. Gar kein Problem. Aber bei mir hat's... Aber bei mir hat's... Aber bei mir hat's... Aber bei mir hat's gewartet. Du, willst du auch fighten oder willst du die ganze Zeit nur Oben chillen? Wenn ich fragen darf. Ja, kommen sie nicht, Alter. Guck mal, ihr Heimlohn, Alter. Die wächst schon im Barth hier oben, Alter. Ja, Bruder, du baust die ganze Zeit nur nach oben. Komm doch jetzt mal fighten. Man braucht doch Heimlohn, Alter. Ich hatte die Ballons drin. Ich hatte die Ballons drin, wenn ich spectaken, falls ich sterben sollte. 1-0. Das war glückweilig, weil ich Ballons drin hatte. Warte, ich muss Ballons schnell wegmachen. Oh fuck. Voll vergessen. Das war mega fähig. Chill doch einfach. Ich sag dir ehrlich, jetzt mit Ansage. Ihr habt nur gewonnen wegen diesen scheiß Ballons. Jetzt mit Ansage. Wir gewinnen zweimal. Das war einfach nur. 1, 2, 3. Ja, Bruder. Was ist das? Was schießt du runter, Junge? Junge, was willst du von mir? Ich hab gefragt, wieso du runter schießt. Oh, mein Kerl. Hast du den Riken? Schön. Lass dich zusammen den Elfen pushen, dann stets 1, 1. Nein, nein. Mann, Alter. Der Hektiker. Der Noskin hat euch einfach geklappt. Bruder, was sagst du dazu? Doch, er hat euch einfach geklappt. Ihr habt einfach um Noskin kassiert, den ihr die ganze Zeit schon mobbt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Was schießt du mich an? Ja, ja. Sorry, war extra. Schürt dich. Aber jetzt hast du die Bedingung. Beruhigt euch mal kurz. Hör zu. Hör zu. Hör zu. Alles entscheidende Runde, ihr kleinen Goose. Ja, okay. Upprad, Fanboy. Was für Fanboy, Junge. Ich kenne Upprad, da warst du noch flüssig, Junge. Geh rüber. Also wenn wir jetzt gewinnen sollten, gell? Ich geh. Hör zu. Hör zu, hör zu. Jetzt schon mal kurz. Wenn wir jetzt gewinnen sollten, dann müsst ihr eure beiden Accounts uns geben. Hör zu. Hör zu. Mach doch. Hör. 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 mein gott dann ausgehört euch einfach gekleppt hallo ihr seid noch da ich sehe euch ich sehe euch im spielstand hallo wo seid ihr die welt verlassen hallo hallo ihr müsst jetzt hallo ihr müsst ihr seid ihr müsst ihr seite accounts geben wo seid ihr mein schwanz gebe ich euch junge was seid ihr für scheiße ihr seid ihr seid solche wie kann man so das sind spaß jetzt verlasst mal die welt dieser skin ist viel wertvoller ja bruder geil dich auf deinem skin auf ich gebe einfach dem no skin mein og renegade raider account jetzt verpisst euch mal ich bin doch ein scheißer konnte ja die gm ist auf die eier die gm ist auf die eier voll die opfer ich höre ich werde ich wieder dazu das ding ist voll die opfer die haben einfach verloren wir haben die zerstört die sagen jetzt aber die wollen account und so nicht gegen diese die haben einfach verlassen aber weißt du was bro na ja hörst du hörst du bekommst die account ab jetzt darfst du immer wenn du willst auf mein og renegade raider kommt dass jeder og skin und bruder lasst dir lasst dir lasst dir von keinem lasst dir von keinem og skin sagen dass du irgendwie nicht was besonderes bist nur weil du ein no skin bist und die message von dem video ist leute egal welchen skin ihr habt lasst euch nicht von irgendwelchen möchte gern ogs fertig machen die labern immer noch die labern immer noch wieso labert ihr denn immer noch hallo kannst du mal die schnauzehzeiten ich habe gesagt ihr sollt euch stelle mir Er steigert komplett Hallo, chill mal jetzt, Digga Ne, Leute, wie gesagt, die Moral von der Geschichte ist Endet nicht so wie GK Bruder, dein AIM und CREPS Das sind Opfer ohne menschliche Werte NoSkins sind süß, Mann Lasst alle jetzt ein Like da, wenn ihr NoSkins süß findet Und falls ihr neu seid, droppt ein Abo Ich glaube, 20.000 oder 30.000 Likes Sind easy drin für diesen süßen NoSkin 100.000 Likes 100.000 schaffen wir niemals Like-Rekord ist, glaube ich, 50.000 Aber das könnte schwierig werden Ne, auf jeden Fall, Message vom Video ist Egal welchen Skin ihr habt, ihr seid trotzdem was Besonderes Auch dieser NoSkin, Bruder, ich küsse dein Herz Und wie gesagt, meine Videos sollen nur zur Unterhaltung dienen Falls ich es mit diesem Video geschafft habe, dich zu unterhalten Dann kannst du ja gerne neben meinem Kopf jetzt Oder in der Infocard weitere Videos reinziehen Das war's von meiner Seite aus Peace, ich bin raus und NoSkin Ich lasse dich jetzt auf meinen Account zocken, Bruder